Stephen Dillane ist ein britischer Schauspieler und unter anderem BAFTA-Preisträger. Leben und Wirken Stephen Dillane wurde im Londoner Stadtteil Kensington als Sohn von Bridget und John Dillane geboren. Sein Vater, ein Chirurg, stammte aus Australien, seine Mutter war eine gebürtige Engländerin. Dillane studierte zunächst an der University of Exeter Geschichte und Politik und arbeitete danach für kurze Zeit für den Kreuden-Advertiser als Journalist. Danach wandte er sich dem Schauspiel zu und studierte an der Bristol Old Vic Theatre School. Während er in den 90er Jahren in vielen Spielfilmproduktionen mitwirkte, waren es doch seine Theaterrollen, die ihn berühmt machten. Wie zum Beispiel sein Hamlet unter der Regie von Peter Hall. Bereits 1990 hatte er in Franco Zerfirelles Hamlet den Horatio gespielt. Preisgekrönt auch seine Rolle als Henry in Tom Stoppard der Realty, für die er mit dem Evening-Standard Award, dem Variety Club Show Business Award, dem Drama Desk Award und dem New Yorker Tony Award ausgezeichnet wurde. 2004 bis 2005 tuerte er weltweit mit einer Soloproduktion von Macbeth. Im November und Dezember 2006 stand er wieder auf der Bühne des Londoner Royal Court Theatre in der Uraufführung des neuen Stücks von Carrie Churchill. Drang ihn auf to sail a few. Fugitive Pieces Die Verfilmung des Romans Fluchtstücke von Anne Michaels eröffnete im September 2007 das Toronto International Film Festival. John Adams wurde im März bis April 2008 vom US-amerikanischen Fernsehsender Habeo ausgestrahlt. God on Trial ist eine BBC Scotland-Produktion, die Ende 2008 im britischen Fernsehen und im Mai 2009 auf dem jüdischen Film Festival in Berlin gezeigt wurde. Für die Rolle des Vaters Anthony Huertal in The Shooting of Thomas Wondel erhielt Delane im April 2009 den British Academy Television Award in der Kategorie Bester Schauspieler. Größere Bekanntheit erlangte er durch sein Mitwirken in der preisgekrönten Serie Game of Thrones, in der er's Tennis-Baration bis zum Ende der fünften Staffel spielte. Sein Sohn Frank Delane spielte in der Verfilmung von J.K. Rowlings Roman Harry Potter und der Halbblutprinz die Rolle des Lord Voldemort als Schüler in Hogwarts. Steffen Delanes jüngerer Bruder Richard Delane ist ebenfalls Schauspieler. Delane lebt in Sussex mit seiner Ehefrau, einer Theaterschauspielerin und Leiterin einer Theatertruppe, sowie dem zweiten, fast erwachsenen Nachwuchs. Filmografie, 1988 Letzter Ausweg Affäre, 1990 Hamle, 1990 Heading Home, 1993 Der blutige Weg zur Macht, 1996 Gestohlene Herzen, 1997 Weicham to Sarajevo, 1997 Dejavu, 1997 Verborgenes Feuer, 1998 Liebe und Leidenschaft, 1999 The Darkest Light, 2000 Ein ganz gewöhnlicher Deep Ordinary Decent Criminal 2001 Spy Game, 2001 Das B-Team, beschränkt und auf Bewährung 2002 The Gartering, 2002 The O.R.S. von Ewigkeit zu Ewigkeit 2002 The Truth About Charlie 2004 King Arthur 2004 Hafen 2005 Goal, Lebe Deinen Traum 2005 Nein, Livs 2005 Das Größte Spiel Seines Lebens 2006 Goal 2, Der Traum ist Real 2006 Klimt 2007 Wilde Unschuld 2007 Fugitive Pieces 2008 God on Trial 2008 John Adams' Freiheit für Amerika 2008 The Shooting of Thomas Haundel 2009 Sturm 2009 44 Ingest 2010 Marple Die Memoierendes Grafen 2011 Perfect Sense 2012 Hunted Vertraue Niemandem 2012 Secret State 2012 Zero Dark Thirty 2012 Papadopoulos und Söhne 2012 bis 2015 Game of Thrones Seit 2013 The Tunnel Mord kennt keine Grenzen